Der Busbus ist in Österreich einer von den größten Dienstleistern im Personenbeförderungsverkehr und ich bin tätig in der Werkstatt bei der Instandhaltung von so einem Fuhrpark, der was nahezu 100 Fahrzeuge betrifft. Ich arbeite beim Busbus und mache beim Busbus die Lehre aus Kfz-Technik mit Systemelektronik. Mein Arbeitsplatz im Bus ist einfach der Vordersessel. Ich steige in den Bus ein, die Busse sind sauber. Unsere Dienststelle liegt am schönen Zellersee, nicht weit weg vom Ufer. Wir haben fünf Arbeitsplätze, davon sind drei Hebebühnen, zwei Montagekormen gibt es. Meine Werkzeuge sind am besten und neuesten Stand. Ich arbeite auch viel mit Spezialwerkzeugen, die mir das Arbeiten erleichtern. Unsere Busse sind perfekt ausgestattet, also ich habe alles, was ich brauche, damit ich meine Arbeit perfekt machen kann. Ich denke mir, dass man viel da kommt beim Busbus, viele Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin ein Quereinsteiger, ich habe mit 52 Jahren erst einen Führerschein gemacht und bin bei Busbus sofort aufgenommen worden. Busbus ist sicher irgendein Begriff, der steht für Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und einen ordentlichen Fuhrpark, dass wir unsere Leute fahren auch bebringen. Ich denke an Busbus, an die Regionalität und die Zuverlässigkeit, natürlich auch an den großen Bus. Und Busbus befördert Personen in ganz Österreich von A nach B. Es ist einfach so herrlich, weil du fährst da aus der Verkehrsstelle Aussee, du fährst neben den See her. Das ist einfach überwältigend, der Blick, den man da hat. Und eben der ganze Weg nach Salzburg-Aussee ist wunderwunderschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017